Ja, hallo, mein Name ist Laura Geisbüsch und in diesem kurzen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr eine Facebook-Fanpage oder Fanseite erstellt. Ja, zu diesem Thema haben mich nämlich in der letzten Zeit viele Fragen erreicht, nämlich wie das Ganze funktioniert und ob die Erstellung einer Fanpage etwas kostet. Und um es gleich vorweg zu sagen, die Erstellung einer Facebook-Fanpage ist völlig kostenlos und auch wirklich super easy und das möchte ich euch in diesem kurzen Video auch gerne zeigen. Die Voraussetzung, um eine Facebook-Fanpage erstellen zu können, ist zunächst einmal, dass ihr ein normales Facebook-Profil anlegt. Ich denke, das dürfte in der heutigen Zeit jeder bereits haben. Falls nicht, bitte daran denken, dass ihr vorab ein normales Facebook-Profil anlegt. Und wenn ihr das gemacht habt, dann klickt ihr hier oben rechts auf diesen Pfeil und geht auf Seite erstellen. Und nun müsst ihr hier zunächst einmal festlegen, für was ihr eine Fanseite erstellen möchtet. Ja, ob für euer Unternehmen, eure Marke oder euer Produkt. Ja, in meinem Beispiel möchte ich es jetzt mal für mein Unternehmen zeigen. Und wenn ihr euch entschieden habt, klickt ihr hier auf den entsprechenden Button, also in meinem Fall Unternehmen. Und hier muss ich zunächst einmal dann eine Kategorie für das Unternehmen auswählen. In meinem Fall ist das dann Internet und Software. Hier müsst ihr dann noch den Namen eures Unternehmens hinterlegen. Und wenn ihr das getan habt, klickt ihr einfach auf Los geht's. Ja, und in den folgenden Schritten könnt ihr nun eure Facebook-Fanpage einrichten. Und im ersten Schritt solltet ihr zunächst einmal detaillierte Informationen zu eurem Unternehmen oder eurem Produkt hinterlegen, damit die Leute, die auf eurer Fanseite landen, auch sofort erkennen können, um was es sich bei eurem Produkt oder Unternehmen handelt. Ja, ich hinterlege jetzt hier in diesem Beispiel nur einen kurzen Satz. Ja, aber mein Tipp ist wirklich, dass ihr hier möglichst detaillierte Informationen zu eurem Produkt oder Unternehmen macht. Ja, und in diesem Feld solltet ihr dann noch eure Webseite hinterlegen. Wenn ihr das gemacht habt, dann klickt ihr einfach auf Informationen speichern. Im zweiten Schritt könnt ihr dann euer Profilbild für die Fanpage hinterlegen. Ja, das könnt ihr entweder von eurem Computer hochladen oder von eurer Webseite importieren. Und ich lade es jetzt mal vom Computer hoch, wähle das gewünschte Bild aus und dann dauert es einen kleinen Moment. Ja, und dann sieht man es hier auch und klickt einfach auf Weiter. Der dritte Punkt ist jetzt nicht zwingend notwendig, ja, aber ich möchte ihn auch nochmal kurz erklären. Wenn ihr euch in eurem Facebook-Dashboard einloggt, ja, dann habt ihr auch eine Spalte mit euren Favoriten, ja, wo ihr direkt Zugriff auf eure Neuigkeiten oder Nachrichten oder Veranstaltungen habt. Und zu diesen Favoriten könnt ihr eure Fanpage auch hinzufügen, ja, damit ihr auch sofort unter den Favoriten Zugriff auf eure Fanpage habt. Und wenn ihr das möchtet, klickt ihr einfach hier auf zu Favoriten hinzufügen. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr diesen Punkt auch einfach überspringen. Ja, und im letzten Schritt könnt ihr nun noch eine bevorzugte Seitenzielgruppe hinterlegen. Also wenn ihr eure Zielgruppe für euer Produkt oder euer Unternehmen bereits kennt, könnt ihr die Information zu der Zielgruppe hier hinterlegen. Und wenn möglich, zeigt Facebook dann auch in erster Linie den Personen eure Facebook-Fanpage an, die für euch am wichtigsten sind, also die zu eurer Zielgruppe passen, ja. Die Seite kann aber natürlich auch von jedem gefunden werden, der jetzt nicht unbedingt eurer Seitenzielgruppe entspricht, ja. Aber wenn ihr diese Information habt, solltet ihr die hier hinterlegen, um möglichst viele Fans, die eurer Zielgruppe entsprechen, für eure Seite zu gewinnen. Ja, dann könnt ihr hier zunächst einmal die relevanten Standorte hinterlegen. In meinem Fall sind das Deutschland, die Schweiz und Österreich. Dann könnt ihr hier das Alter für eure Zielgruppe hinterlegen. Das lasse ich jetzt mal so. Das könnt ihr hier aber euren Wünschen entsprechend anpassen. Und ihr könnt noch das Geschlecht für eure Zielgruppe hinterlegen, ja. In meinem Fall möchte ich gerne Männer und Frauen ansprechen. Wenn ihr aber jetzt nur Männer ansprechen wollt oder nur Frauen, könnt ihr hier entsprechend den Button auswählen. Ja, und hier könnt ihr dann auch noch Interessen, die für eure Zielgruppe relevant sind, hinterlegen. In meinem Fall zum Beispiel Online-Marketing und Affiliate-Marketing. Ja, da gebe ich jetzt mal nur zwei an. Da solltet ihr dann eure Interessen hinterlegen. Und wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr auf Speichern. Und dann seht ihr hier auch schon die fertige Facebook-Fanpage, ja. Es ist also wirklich super easy. Ich empfehle euch nun auch noch ein Titelbild hier oben links hinzuzufügen, ja, das zu eurer Seite passt. Und hier seht ihr dann auch die Informationen, die ihr eben hinterlegt habt und auch eure Webseite. Ja, und hier könnt ihr dann auch schon fleißig anfangen zu posten. Ja, das war's mit meiner kurzen Erklärung zur Facebook-Fanpage. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und bis demnächst, eure Laura Geisbüsch.